Licht erzählt Geschichten. Ob Reisen durch die Kultur Südtirols, Geschichten aus der Sagenwelt oder Impressionen des Landes. Durch Projektionen wird der Innenhof der Schlandersburg in eine Märchenstube verwandelt. In diesen Tagen wird auch die Fassade von Schloss Goldrhein neu bemalt. Künstler projizieren ihre Ideen mit Licht auf die Fassade. Die mächtigen Mauern bekommen ein neues Gesicht. Die großformatigen Bilder und Filme entstehen im Kopf von Alex Robotham. Wenn ich mit Licht male, projiziere ich Bilder oder Filme auf ein Gebäude. Ich will aber die Fassade nicht nur als Leinwand für meine großen Bilder verwenden. Das ist zu wenig. Mir ist es wichtig, dass bei der Projektion auch die Geschichte des Gebäudes oder des Schlosses mit einfließt. Dabei berücksichtige ich bewusst Türen oder Fenster. Sie werden Teil meiner Geschichte. Und das internationale Multi-Wision-Festival beeindruckt allerdings nicht nur mit großformatigen 2D-Projektionen. Mithilfe von speziellen Filtern und 3D-Brillen wird die Leinwand zum dreidimensionalen Raum, der K2 zum Greifen nahe. Ein technischer Trick macht's möglich. Dazu werden die zwei Bilder, die die zwei Augen normal sehen, eben mit zwei Objektiven aufgenommen und müssen dann wieder den zwei Augen vorgeführt werden. Das Problem dabei, dass wir ja dann zwei Bilder auf der Leinwand haben und deshalb müssen die 3D-Brillen und eben entsprechende Filter vor den Geräten der Wiedergabe eingesetzt werden, um jeweils das falsche Bild auszublenden, dass jedes Auge sein Bild sieht. Als Höhepunkt des Festivals wird am Wochenende der Fassade von Schloss Goldrhein neues Leben eingehaucht. Mit der Energie des Lichtes werden die alten Mauern zu Geschichtenerzählern und die Zuschauer in vergangene Epochen entführt.